Jubiläumsumzug sorgt für Rekorde. Der 20. Plauner Karnevalsumzug am gestrigen Sonntag war der größte, den die Spitzenstadt je gesehen hat. Laut dem veranstaltenden Verein Vogtländischer Karnevalisten verfolgten rund 28.000 Menschen das närrische Treiben an der 1,5 Kilometer langen Strecke. Die Faschingsvereine aus Ostthüringen, Oberfranken und natürlich dem Vogtland verschossen nicht nur jede Menge Konfetti und Kamelle, sondern nahmen auch so manchen Politiker aufs Korn. Was mögen Sie denn am Fasching besonders? Die Ausgelassenheit und dass man sich mal freuen kann, ohne dass es Kritik gibt. Also Fasching ist einfach eine wunderschöne Einrichtung vor der Fastenzeit und deswegen soll man das auch ausgiebig leben. Nach dem Umzug ist vor dem Umzug und so ist für die Karnevalsfreunde noch lange nicht Schluss. Ihnen bleiben der Rosenmontag und der Faschingsdienstag zum ausgelassenen Feiern. Bis Aschermittwoch heißt es also noch Das war's für die Karnevalsfreunde noch lange nicht mehr. Das war's für die Karnevalsfreunde. 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 Vielen Dank.